Ein Ford Focus steht hier zum Verkauf. Die schwarze Limousine hat fünf Türen und bietet fünf Sitzplätze. Der Kilometerstand des Autos liegt bei unter 91.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Mitte 2011. Die Limousine besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Xenonscheinwerfer, Navigationssystem, Bluetooth, Tempomat und noch vieles mehr. Unter der Haube gibt der sparsame Benziner eine Leistung von 125 PS an das Schaltgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 5,9 Litern pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 12.870 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis.